Habe ich auch manchmal. Riki, benutze Furz. Riki hat sich selbst mit Furz getroffen. Riki ist verwirrt. Riki ist still. Riki ist müde. Ich bin bereit, 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 ach noch mal. Rückt sie jetzt ab oder was? Der Flader gleich mit seinen Arschbacken weg. Ja. Nee, ich wollte es eigentlich anders. Ah, Freddy, jetzt bei mir. Was ist denn das für ein komisches Geräusch? Riki ist nicht am Piqué. Durchfall? Nee, aber wie? Er ist wie in der Operette, aber nicht. Kennst du nicht das typische Geräusch für ein Durchfall? Es hört sich immer an, wie es läuft Wasser und als wird jemand nebenher auch noch kotzen. Na dann. Danke für die Info. So habe ich es zwar noch nie aufgefasst, aber okay. Frohe es dann. Ja, viele Menschen, die sehen das einfach nicht objektiv genug. Hier muss man dann auf die Sprünge helfen und so. Wem? Warum? Weil sie hässlich sind. Ah, okay. Sehr gut, Rippbrother. Halte den Punkt. Bin dabei. Äh, nein. Du musst noch ein bisschen näher ranrücken. Ich geh in die Mitte von der Mauer. Jetzt wird's warm. Nimm den verdammten Punkt ein. Muss ich jetzt selber vorbeikommen? Ja. Oh, da geht doch. Und sagt, wer liegt die Töne? Ja, danke. Ja, das ist das harte Lose als Punktteilnehmer. Da muss man ab und zu mal damit rechnen, dass einem der Chaos gemacht wird. Oh. Ich geh da, ich geh da, okay. Treffen wir uns? Wann, wie, wo? Jetzt sofort. Für heiße Spielchen. Ja, Tachiko, mal los. Tschüss, Rozi. Bye. Willst du mich verarschen, Alter? Was ist denn mit A942 los, Mann? Ihr hättet euch mal eben den Kopf weggeballert. Das ist gar nicht immer so schlecht. Fuck. Nein, lass mich in Ruhe. Ja, klar, der Ruhe. Achso, das war der Sultax. Nein. Ich sehe dich. Ich habe einen Assist bekommen. Ja. Dein Arsch, Assist? Ja. Assist. Ein Assist? Ich weiß nicht. Ich mag das so zu sagen. Klingt lustiger. Was? Assist. Also Arsch. Was? Ist er auf Arsch? Super Drohne. Ich brauch meinen Assi. Unsere Chemie leer worden. Fick dich. Vorsicht, wohl besser von hinten. Den habe ich. Ich mag es richtig dreckig. Geh und lass mich in Ruhe, du Muschi. Ah, fuck, waren sie zu zweit. Ich war, ich bin down. Sprintkill, Sprintkill und tot. Zack, und der nächste tot. Zack, und der nächste tot. Alle tot, mann, alle. Riki, du musst so stolz auf mich sein. Hast du gut gelernt vom Meister, ja? Oh ja. Alles tot, mann, ich sag's dir. Nee, bringst du mir das auch bei? Dazu müsstest du dich mal, dass du durchringen, den Skill auch mal zu benutzen. Ja. Oh, nee, es wird mal... Boah, fuck. Wir sind gerade alle bei dem Dreckspunkt wieder. Klar, hol da nicht. Dabei hab ich sie schön alle weggeleid. Was habt ihr gemacht in der Zeit? Das war du, oder was? Nee, ich jump die ganze Zeit drauf, aber irgendwas war auch. Ich hab Riki. So, jetzt nochmal... Klar, wer da so durchrennt, das kann ja nur richtig sein. Hier zu dem Punkt, töte alles. Schmeiß ne Granate hin und dann töte alles. Und dann nimm den Dreckspunkt ein. Ja, capture. Capture ihn. Oh ja. Zack, zur Verteidigungssucher-Drohne. Ihr sagt, die Gegner werden dir gleich in die Suppe spucken. Der Soldat, alter, wie der mich jetzt von der Seite geholt hat. Was auf, Kronen steht links. Wo? Aber egal. Punkt verteidigt, dank Sucher-Drohne. Na. Ich bin schon wieder fast dauernd. Egal, Granaten-Kill. Achso, Kronos ist ja in unserem Team. Gut, dass er links steht. Gut. Ist bei mir kein Ding, Granaten-Kill. Weil wenn ich sprint, glaube ich, so schnell wie wenn ihr nicht sprintet. Speeder down, ey. Was ist, die haben es richtig auf mich abgesehen, war? Eich? Ne, ne, nicht du, die anderen. Natürlich, meine Sucher-Drohne hatte ich abgeknallt. Ja? Ja. Und so, Rozi. Bam, ich hab dich abgeknallt, weil du schon wieder irgendwas anderes gemacht hast. Du lernst es nie, Mann. Ja, Mann! Ich muss ein bisschen auf mein Handy achten. Den hab ich erwischt. Solltags. Immer diese Handysüchtigen. Nein, ich muss drauf achten, weil ich... ... ich weiß, dass ich hier gleich springe. Ach ja. Sagst du so einfach, ja? Rozi, was war denn das bitte? Was war das? Egal, da ist der Sieg. Ganz ehrlich, Rozi hätt mich so wegballern können und dann stattdessen versucht sie mich zu messern. Das war jetzt aber auch mein letztes Game. Ist ja eh schon fast vier. War schon? Ja. Fast. Pass. Wackelt. Hallo. Das ist mein Handy eigentlich. Heute hab ich hier meinen vorletzten Charakter freigeschalten. Das find ich ja supergeil. Ja. Und dann gebe ich einfach mal den Room Host an Rikki. Gehe ich rüber zu Rikki und Rozi. Wie lange macht denn der Rikki und die Rozi noch? Ein bisschen war ich noch. Gut night. Gut night. Gut night. Und du, Rozi. War natürlich mal wieder extrem nice mit euch. Ja. Haut rein. Chaui. Nachti. Nacht. User disconnected from your channel. Jetzt sind wir drei allein und Broti ist abwesend. Ah, Broti pennt oder der Pixelt da in SL rum. Oh. Hab ich das gesagt? Sie hat da eine Klappe. Geo, Geo, Geo. Mein Deckdorf. Der Kronos. So, ich bin Raumhorst, ja? Ja. Dann machen wir es mal wieder ein bisschen interessant. Bin ich bei euch? Ja. Wieso nicht? Ah, ich hab schon vergessen. Äh, ich hab schon seit einer Viertelstunde eine Zigarette vor meinen Augen liegen, aber irgendwie treu ich mir, dich, die zu rauchen. Na dann. Ich töt mir jetzt einen an. Oh, oh, oh. Zeit 2,5 Minuten. Ja, auch. So, wie soll ich jetzt spielen? Ja, spielen. Ja, ich rauch doch jetzt. Ja, rauch trotzdem. Nehm, Ball. Geht nicht. Geht, geht nicht. Klar geht das. Nee, ich kann die Zigarette nicht in meinem Mund halten. So, einer von hinten und einer von vorne und dann nimmt die Milchenschutz. Mal ganz krass. Mal ganz krass. Ja, konzentration. Oh, mir ist so kalt. Was soll ich denn sagen, ich lebe auf dem Dachboden ohne Isolierung. Hier ist es kalt. So, welchen Punkt nehmen wir, B oder A? Weiß ich nicht. Ich glaube, ich gehe mal hinterher, aber das ist nicht, das seid ja gar nicht ihr. Und ich bin hinter dir. Echt? Ja. Wir müssen legen, doch. Jetzt bist du vor mir. Ja, ja. Ich guck gerade. Einen habe ich. Bei B. Aber ich glaube, die gehen nach A. Nee, wir müssen aufpassen. Nein, wir müssen Bobbel legen. Wir müssen legen. Nee. Doch. Ey. Dann wird es verteidigen. Achso, richtig, das warst du. Hm. Ich wollte doch. Dann kommt der Erste. Ja, ich weiß. Hat mich erwischt. Der kommt. Scheiße. Die gewinnen die erste Runde. Haben wir schon zwei Seiten aufs Korn genommen. Oh, ich muss auf. Wieso? Ja, weil ich halt auf muss. Ja, der... Der Liebhaber ist da. Okay. Scheiße. He-hah. Hej. Hallo. 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 Hey. Dana. Morgen zocken wir wieder. Bei A ist clean. Bei A ist clean, das kann dein Omi fallen. Ja, aber ich hab zwei da weggeräumt. Ja, dann tschüss. Der Engwirt stimmt hier nicht. Oh, geh doch raus jetzt, Mann. Alter, Muschi. Schön gemacht, schön gemacht. B oder A? Lass ab ich. Okay. So, tschau. Wie sie sich verabschiedet. Ja, scheiße. Bullpucks steht da. Pass auf. Das war noch einer an der Tür. Ich bin dort. Ja. Gehen wir nochmal nach B. Ah, ich denke mal, die werden dort wohl. Checken, wenn wir nach. Ding gehen. Die werden das bestimmt im Wechsel machen. Weil die denken, dass wir jetzt denken, dass die doch bei A sind. Bei B. Fuck. Da haben wir uns ausgetrickst. Bei B. Was macht der, warum legt der nicht die Bombe bei A? Ja. Keine Ahnung. Vielleicht Strategie. Hinten rum nach B oder was? Ja, ja. Hier steht schon irgendwo einer. Warte doch nicht so lang. Was macht denn der? Ja. Da ist was von hinten weggefragt. Pass auf. Hat der das Sinn vom Spiel verstanden? Weiß ich nicht. Aber dann hocken die. Pass auf. Da. Der hat's nicht gecheckt. Glaube ich nicht. Vollidiot. Ich hoffe, er hat das verstanden. Ich hab's mir jetzt geschrieben, dass er eine Bombe setzen muss. Ja, ich hab's gelesen, aber. Aber bei A ist grad schlecht. Da ist nur, ähm, eine Wachdrohne. Da hat das Blinken eben noch gesehen, wo übergelaufen ist. Da versucht er jetzt echt, alle drei zu killen, oder was? Was für eine Technik verfolgt der Kerl? Deine Ahnung. Such und drohen nach wie wir einen Bombe aufblenden. Ja, jetzt. Jetzt muss er hier abholen. Weil jetzt sehen sie, dass da einer steht wohl. Jetzt sind die alle auf dem Weg dahin. Ist schon klar. Alter, was macht der? Keinen Plan. Ich versteh's gerade selber nicht. Der hätt auch schon dreimal links. Weil Jim brettt ihm jetzt hinterher, der fällt ihm gleich voll in den Rücken. Ja, Zeit wird knapp, Alter. So ein Vorel. Der hat doch die ganze Zeit gut gekillt. Was soll denn das? Jetzt muss er die Bombe setzen. Jetzt läuft der Timer ab. Vielleicht war das auch sein Plan. Krasser Typ, Alter. War das jetzt die ganze Zeit für eine Strategie, oder wie? Ja. Keine Ahnung. Fakt ist, die Bombe wird ronopoli entschärft. Ja, du siehst es aber vorher, wenn da irgendjemand drangeht. Ja, du kannst natürlich warten, bis da man entschärfen ist und kann dann, genau. Ja, er hat angetäuscht. Schafft er noch. Ja, mies, ey. Hätte er nicht so viele Faxen gemacht, der Typ hätt mal die Runde gewonnen. Er hätt sich leicht überlegen sollen. B oder A. B. Ich geh außen rum. Ich benutze ihn vor mir als Kugelschild. Er kommt dir entgegen. Einer ist bei B gewesen. Zwei. Soll ich Bombe link? Leg die Bombe. Ich bleib draußen und halt die Deckung. Oh, leg doch die verflixte Bombe. Wieso geht das jetzt nicht? Ach so, die ist schon gelegt. Da kommt er noch von hinten. Oh, yeah. Wenn der Hannubis was macht, dann macht er es richtig. Komisch, weil er sich wartet, hat er sofort geschmissen. Ich geh bei einem Pfeiler und versuch, du weh zu decken. Ich denke schön ich! Check out, check out! Erwischt! Ich gehe in die Mitte und dann läuft ihr links oder rechts? Ich laufe rechts. Links läuft keiner. Das war's weg. Pass auf, die stehen da. Ich bin in Position. Zweiter weg. Hol die Sucher-Drohnen dazu. Fuck! Ist der letzte seiner Art. Zwei Sucher-Drohnen. Alter. Tag Team Tag Team Tag Team Tag Team. Tag Team Tag Team Tag Team. Hu 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 hu. Ich gehe wieder B decken. Haupt stimme. ich habe Kamosher verarbeitet. Die Grete kam. war ich hab die du vermuten jetzt wie viel zu ruhig ist das ist dort weiter liegt um ja ich hab ein klick angehört das hat er aufgehört die beiden sind weg ab nach B er ist hier doch jetzt bei ja ja jetzt hab ich gewartet ob das die Bombe legt die die da haben ab abgabert und mit dem das ist wenn ich die gut ich habe diese Dusse für ab und ab die Rand ist gesagt habe ab nach B und da ich mich umgedreht nur kam er gerade aus der Doppel-Door raus aus Doppel-Door aus Doppel-Door also aus der Doppel-Door einer als Mittel der Kronos Scheiße ich bin down deine Waffe ist great unglaublich ne das ist ja der Wahnsinn meinst du das war gut die beiden Drohnen jetzt schon zu rufen achso du hast gar nicht Sucherdrohnen h h h h ich hab ich kann mich es ist echt auch mein Gefühl verlassen aber trotzdem gut dass ich die sind gemacht hat dann die Mittel und dann dass ihr beide direkt wurde die gehen ich wusste ich wie gehen aber wie war das bei auch wieder zu ruhig weil ich hab da ein erledigt habe keinen zweiten gefunden bisher nicht gut aktiviert und gut dass ich gut aktiviert habe sonst ist später gewesen ne war tranken waren trotzdem gute Runden haben wir richtig nice gemacht ja guck mal ich war sogar bester mit 10 Kills läuft mal Geo warum schreibt der Geo schreibt doch einfach Go hm schreibt doch mal Vielen Dank.